Aber dann sagen wir mal an dieser Stelle, I could be. Und jetzt geht's mal hier weiter. Ich brauche mir ein bisschen Zeit gefunden, es aufzunehmen. Willkommen zurück zu Let's Play. Ich wollte eben Return to Near Arkham sagen oder sowas? Near City? Willkommen zurück zu Near Replicant Durchgang C. Das ist ja schon sehr deprimiert gewesen, von dem jetzt mal auch schon länger her. Deswegen ein kurzer Recap. Wir waren im Schrotthafen drin und haben die grausame Erfahrung gemacht über das Schicksal. Was den, äh, verletzten, verbliebenen Bruder. Oh, hey, it's been a while. You're the little one, aren't you? How fair's your brother? My brother's been dead for four years. Ach nee, wir waren noch nicht drin. Oh, der ist tot. Okay, ich will hier. It's okay. I need to ask you something. What is it? You heard me rumors about shades around here? Not the little ones. I'm looking for one that's... No, I haven't heard about anything like that. All I want is to destroy robots. Just rip them up. Ah, okay. Never mind then. Wait. Yes. I recently got my hands on a weapon. I thought you might get some use out of it. Don't we already have this weapon? Shh. These things happen the second time around. Mais die, schenie, 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 schenie. Yeah, it's pretty beat up. Can you repair it? I can repair anything. If you'll fix it, I'll get the parts. I'm so glad I decided not to throw this. I'm going to need some memory alloy. Only the real big enemies on the second basement. Also, here's the passcode to get down there. You got it. Theoretisch. I'm going to need only the real... You got it. What can I help you with? Come. Theoretisch, wenn sie schon Konsequenzen mit, das haben wir ja schon gemacht. Wenn sie jetzt sagen müssen, no, okay, da, hier. Da hast du die Sachen ja schon. Aber wir haben die Voraussetzung erfüllt mit für Ending C, dass wir alle Waffen besitzen sollen. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur hier durch. Eigentlich könnte man sagen, durchfraschen, durchspielen. Okay. Nee, wie gesagt, wer, wir haben's schon. Also gut, bereit? Was ist dein Schiefer? Wir haben's schon gut gemacht. ob ich ob ich den besiegen muss oder ob es schon geht weil ich ja alles schon besitze ich will die nicht töten das macht einfach alles so deprimierend ich bin schon echt wieder ein bisschen raus das läuft das let's play ist auch schon so lange durch die unterbrechung so dass ich erstmal wieder schauen muss wo es weiter geht also zurück zum dorf zu populär könnten die uhr Da fehlt nämlich schon hier noch ein. Ich habe jetzt echt tatsächlich null wegen Lüge im Plastik. Das Ganze geskippt, ja? Im ganzen Bosskampf. Ich sehe ja auch keine Challenge mehr. Guckt mal hier, wie ich die Fleck blicke. Schon ein bisschen overpowered. Aber jetzt kann ich auch verstehen, warum die dann sagen, die anderen Endings hat man so schnell erreicht. Nicht nur eine Mega-Waffe, ich habe auch ein ziemlich hohes Level, weil, wie gesagt, das ist jetzt der zweite New Game Plus Durchgang für das Ende. Oh, das ist eine neue Szene. Wie gesagt, war ich. Da gibt es noch eine Sache, doch. Sie hat angefangen, zu beschäftigen, zu werden, zu werden, zu werden. Wenn das ein Problem ist, müssen wir es in der Bühne reinigen. Wenn der Shadowlord den Plan resistiert, werden wir ihre Macht, um ihn zu verdrehen. Ich weiß, Popola, ich weiß. Juhu, relax, will du? Es ist ein Traum der Bühne. Und wir beide wissen es. Sie hat keine Rezeptabel. Also kann sie nicht zu werden. Wie einfach alles den Berg runterging. Ich schwöre es dir. Komplett die Menschheit. Voll runtergespürt den Arsch. Der hat den Klo versenkt. Der hat den Klo versenkt. Der hat den Klo versenkt. Wenn der Klo versenkt, dass sie ihn eigentlich wusste, was er in den Meeresfront abgeht, dann hat die eigentlich, äh, uns hingeschickt, um da ein bisschen zu purgen, oder? Von wegen, wir brauchen nicht ein bisschen keine. Nein, ich brauche das nicht für Schattwitz. Ich brauche das, um mich hinzuschicken, damit du alle geparkt machst. Achso, der Südfeld, ich weiß, da war ich schon verwirrt. Aber gab es nicht eigentlich einen Typen, der mich darüber fahren konnte? So ein Shortcut-mäßig und so? Gucken wir mal. Ja, das passiert wieder, ich habe wieder zu große Lücken hier, ne? Ne, die wollen, dass ich da selbst hinlaufe. Na gut, wenn es dann nicht anders geht. Das ist glaube ich sogar einer der letzten Bosse vor dem Finale schon wieder. Musik schon geil. Aber ich, echt, ich merke es echt, der Schlag dann alles. Das ist, läuft jetzt auch mal zwei Jahre, dieses Let's Play, gell? Ich weiß auch nicht. Bei mir laufen die alle so lang, die Projekte. Gucken wir mal. Ich nehme es mir immer vor, aber das Einmal-Shuttle-Lending ist ein bisschen mit drin. Okay, der ist schon ein größerer Kopf, oder auch nicht? Zwei Heave und Down war der. Nervt doch nicht da draußen. Was haben die Schüler gesagt? Machen ich so eine Eib, oder sowas. Der sieht auch aus, wie der neue Katze. Was ist das? Was ist das? Das ist mir so ein bisschen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich skippe nicht vorwärts oder mache irgendeine andere Sachen. So, ich soll mit denen reden. Ich habe einen paar Apfel gewonnen und ich war... Das ist eigentlich... Ja, ich hätte vielleicht verloren, aber ich kann... Ok, ok. Sehrliesslich? Hey, ami! Ja? Listen, ich bin ein Botanist. Das heißt, ich studiere... Das ist ein Letztes Schrein stattfindet, was du sagen? Ich mache es. Okay, was ich sagen wollte, ich kann zwar schneller durch die Dialoge skippen, aber ich meine, das ist jetzt schon Durchgang C hier, aber, da ruft ich ihn raus. Was soll ich? Was soll ich da noch? Wo wollen die, dass ich hingehe? Ach, in die Taverne. Ähm, was soll ich sagen? Ja, die Dialoge kann ich ein bisschen vorwärts skippen, weil das ist ja schon eine Durchgang C, aber, ähm, einige Cutscenes sind halt neu, deswegen wollte ich jetzt nicht durchskippen bis zum Ende und nur die Endings zeigen. Das klingt mir in den Augen so. Weil, die halt auch wirklich immer neue Cutscenes mit reinstreuen, ne? Hard to believe a ship of this size managed to run aground. Hmm. Hey, is someone there? Okay, I definitely heard someone cough just now. Maybe it's one of those kids from town? But, where are they? There you are. What are you doing here, kid? And who are you doing here, kid? Were you, uh, passenger on this ship, maybe? Hey, it's okay. You don't need to be scared. Man. Mm-hmm. Hmm. Hmm. To think that couple's petty squabbles have become something of an attraction for the locals. Doesn't surprise me in the least. Seeing people like that puts a little spring in your step, you know? You humans truly are a maddening bunch. Such buffoonery does little more than wear this old tome out. Wie soll ich hier nochmal zurückgehen? Was soll ich mit dem Bruder? Was soll ich reden? War schon ein bisschen, wer wir leben. Warum mit dem Bruder? Warum hätte ich nicht eigentlich gleich die, äh, Blatt machen können? Was soll ich mit dem Bruder? Hey, there. How are you feeling? Well, your cough seems better at least. Check it out. Ich habe dir ein paar Brüder heute gebracht. Oh, einfach da. Geez, du solltest du sterben. Na, schau, niemand wird das von dir nehmen, also mach es einfach so, dass du nicht schockst. So, was warst du auf diesem Boot, Kind? Na, schrauch das. Erstens, erstens. Ich kann nicht einfach dich nennen, Kind. Hast du ein Name? Sie wird aber nicht antworten können. Iron Minister, Hallöchen! Ja, das geht nicht so schnell. Mal schauen. Hmm. Louise. Ja, was ist Louise? Ich meine, es hat einfach in meine Kopf, aber... Was denkst du? Was denkst du? Haha. Ich glaube, du bist okay mit dir. Na, es ist schön, dich zu treffen, Louise. Hmm, das geht alles ganz falsch. Aus. Das ist eine kleine Beispiele. Ich bin, aber sie waren. Ich bin, die Frau. In der ersten Zeit. Ja, vieles verändert. Es ist vieles verändert. Es ist schön, wenn wir etwas haben, dass es nicht. Ja, die bauen einen Council oder das. Also, Tony Stark ist jetzt hier. Kannst ja helfen gegen die Schatten. Ja, aber wirklich. Dann ist es die ganze Zeit hin und her, hin und her, hin und her. Zumal ich den Bosskammer einfach vor der Haustür hatte, dann hätte ich mir auch schon loslegen können. Ja, das ist die ganze Zeit hin. Ja, das ist die ganze Zeit hin. Ja, das ist die ganze Zeit hin.